Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin weiterhin bei 52.000 US-Dollar. Wir halten uns sehr, sehr stabil eigentlich für die ganzen Verhältnisse außenrum bei Bitcoin momentan. Wir haben noch nicht unser Ziel hier oben von 53.300 US-Dollar erreicht. Es sollte aber wahrscheinlich möglicherweise sogar heute noch im Laufe des Tages fallen. Wir blicken mal kurz dann noch auf die News, natürlich auch auf die Stockmärkte, weil da gibt es auch möglicherweise einen neuen Trade, den wir eingehen können. Und ansonsten mal gucken wir mal so, was der Markt so generell macht. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Gerne auch in die Kosten unserer Telegram, Talk und Signalgruppe rein, schon wenn ihr Bock habt, Updates, News und Signale. Ich werde dann auch nochmal gleich was zu den Altcoin-Verkäufen sagen, die ich gestern hier noch gepostet habe. Also wenn euch das interessiert, kommt da gerne rein. Der Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung, alles natürlich for free. Und wenn ihr noch eine Börse sucht zum Traden oder das Ganze auch Traden wollt oder auch Spot kaufen möchtet, Stocks traden möchtet, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Wenn ihr momentan 50 Dollar einzahlt über den Link unten, kriegt ihr momentan noch 50 USD Bonus plus, wenn ihr irgendwelche Trading Boni noch erreicht, also heißt Trading Volumen. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 52.100 US-Dollar derzeit. Wir haben hier im 1-Stunden-Chart sehr, sehr wenig Bewegung. Natürlich weiterhin, ich habe es gestern schon dazu gesagt, immer noch diese multiplen Bearish Divergances, die hier sich weiterhin aufstauen, was mich auch momentan immer noch ein bisschen unsicher macht. Wir sehen es hier auf dem 1-Stunden-Timeframe. Die letzten Stunden natürlich dann auch das Volumen deutlich, deutlich am Fallen. Aber das Problem hatten wir gestern schon, dass es eben so ersichtlich ist, dass das Volumen immer weiter zurückgeht. Gefällt mir alles nicht. Das Problem an der ganzen Sache ist, zu shorten ist das Ding einfach meiner Meinung nach einfach zu riskant. Letzter Versuch war hier unten gewesen bei, ich glaube knapp 48, äh bei 49.000 US-Dollar. Ist dann einfach nach oben hingeschossen und genau sowas kann jederzeit passieren. Und solange wir, wenn wir das mal auf dem Daily-Chart uns angucken hier, haben wir immer noch diese Ineffizienz hier oben, die rein theoretisch sogar noch hier bis 55.700 US-Dollar gehen würde. Also das ist die Hauptineffizienz. Hier haben wir aber auch noch einen Abverkauf mit, aber nicht wirklich viel sonderlich Volumen. Aber ihr könnt euch vielleicht noch damals daran erinnern, nachdem das Ultramar erreicht wurde, ging es relativ zügig nach unten. Und genau in dieser Bruchstelle sind wir eben gerade, wo es dann sehr zügig nach unten hinging. Das heißt, das Risiko hier irgendwie in einen Short reinzugehen, ist einfach sehr, sehr hoch. Weshalb ich wahrscheinlich vor 55.700 US-Dollar hier keinen weiteren Short planen würde. Wenn es runter geht, okay, dann ist es so. Dann würde ich nochmal einkaufen, aber Short momentan, das Risiko ist mir ehrlich gesagt zu hoch. Weil jede Art von Dip, der momentan entstanden ist, wurde einfach wieder aufgekauft. Wir haben es hier gesehen, wo es dann runter nochmal ins Golden Pocket ging und knapp auf diesen Pivot, wo leider unsere Long-Position zur Verdopplung nicht abgeholt wurde um ein paar Dollar oder knapp 100 Dollar. Und sofort ging es wieder nach oben und da hatten wir auch die Bearish Direction schon vorliegen und sinkendes Handelsvolumen. Also es kann relativ zügig gehen. Deswegen würde ich hier erst einmal die Finger von lassen. Wir blicken mal noch ganz kurz auf die News, die es gestern gab. Da gab es nämlich auch wieder einiges, beziehungsweise Folgeanträge Arbeitslosenhilfe, die niedriger ausgefallen sind. Die Einzelhandelsumsätze, komischerweise ein bisschen gesunken. Das könnte man schon so ein bisschen als leichte Konjunkturschwäche sehen. Inflation steigt, Einzelhandelsumsätze sinken. Muss man mal ein bisschen Blick behalten. Und die ersten Anträge Arbeitslosenhilfe genauso wie prognostiziert. Auch der Vier-Wochen-Durchschnitt, nichts wirklich Überraschendes. Also es heißt weiterhin alles völlig normal, nichts wirklich Spannendes. Heute steht dann ehrlich gesagt auch nicht wirklich was an. Also wir haben hier nur die Erzeugerpreise, die können wir uns vielleicht mal angucken. Könnte vielleicht für ein bisschen Bewegung sorgen, aber würde ich jetzt nicht zu hoch gewichten. Und deswegen auch die ganzen Märkte. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir vielleicht noch im Laufe des Tages hier hochkommen in Richtung 53.300 US-Dollar. Von hier aus dann möglicherweise den ersten Abverkaufsdruck gehen. Vielleicht kommt es wirklich mit den News heute Nachmittag. Erzeugerpreise ja immer auch noch so ein kleiner Indikator dafür, wie die Inflation sich weiterentwickeln könnte. Also ein Auge drauf werfen. Mal schauen, ob ich das shorten möchte, will, weiß ich nicht. Ich denke momentan eher mal nein. Auch wenn sich die Chance hier oben mit den 53.300 und dann auch eben noch dem Pivot hier bis ungefähr 54.300 US-Dollar wirklich ergeben könnte. Aber das Risiko momentan ist mir ehrlich gesagt einfach ein bisschen zu hoch. Auch wenn wir hier noch ein bisschen Überschneidungen hätten. Aber wenn ich was mache, wisst ihr, gebe ich in der Telegram-Gruppe auf jeden Fall Bescheid. Blicken wir mal kurz auf die Funding Rates. Die sind weiterhin relativ normal. OKX und DYDX natürlich als dezentrale Börse immer ein bisschen höher. Momentan alles komplett stabil. Das heißt, wir haben weder einen übermäßigen Long-Überhang noch einen Short-Überhang. Der Markt ist absolut normal. Und wenn wir uns das Open Interest angucken, sehen wir auch nur minimale Zuwächse im Gegensatz zu gestern. Also wirklich, der Markt könnte auf jeden Fall noch weiter steigen. All-Time-Highs, weil gestern schon die Frage kam, noch vor dem Halving. Momentan, wenn ihr mich so fragt, ist alles möglich. Deswegen Finger weg vom Short-Hebel und lasst das Ding einfach machen. Wenn eine Korrektur kommt, dann einfach nachkaufen. Ansonsten, Ethereum auch weiterhin auf den steigenden Ast. Auch hier nähern wir uns jetzt langsam mal zu unserem übergeordneten Ziel von 2.970 bis 3.000 US-Dollar. Aber auch das gleiche Spiel. Ich würde das Ding einfach nicht shorten. Wir haben hier massive Bearish Divergences. Wir haben absolut sinkendes Handelsboom. Wenn wir nicht momentan diese unnormale Phase hätten mit einem ETF und was weiß ich, was für allen starken Sentiment, was da draußen rumfliegt, hätte ich ja gesagt, wir shorten alles. Den kompletten Markt einfach. Aber das Risiko ist mir momentan einfach zu hoch. Wenn wir uns mal einen Daily-Chart angucken. Wir befinden uns hier mitten in einer Daily-Supply-Zone, also einer größeren Widerstandszone derzeit. Wir haben RSI auf Daily-Sicht mittlerweile bei 80 hatten wir ewig nicht mehr. Also wenn wir uns das mal angucken. Zuletzt hatten wir den hier nach diesen megakranken Anstiegen. Da war der RSI sogar hier bei 83. Und wir sehen, was danach passiert ist. Der Markt ging dann trotzdem nochmal. Das ist vielleicht hier mal ein ganz guter Vergleich. Dass der Markt dann nochmal 10% nach oben hingegen. Trotzdem, dass der RSI so hoch war. Also nur den RSI als Indicato zu nehmen, wäre hier fatal. Das kann nämlich genauso passieren, dass wir uns dann im Endeffekt hier wirklich nochmal Richtung 3000 US-Dollar, also über 3000 US-Dollar, wo diese R2 hier oben liegt, nochmal fortbewegen. Das Risiko will ich nicht eingehen. Lasst es lieber. Sucht lieber. Oder wir suchen dann lieber nach möglichen Long-Einstiegen. Sollte dann früher oder später mal eine Korrektur kommen. Dann macht das Sinn. Momentan würde ich einfach die Finger davon lassen. Das ist meine persönliche Meinung. Wenn ihr irgendwelche Short-Signale oder irgendwelche Shorts seht, könnt ihr das auch gerne in die Telegram-Gruppe. Dann können wir darüber gerne schreiben. Aber ich bin momentan einfach nicht Short-fähig, wenn man das so sagen kann. Apropos Short, beziehungsweise Verkäufe. Ich habe gestern noch dazu geschrieben, VeChain und Chainlink. Die ersten Altcoins, wo ich jetzt mal Profite genommen habe. Warum habe ich bei Chainlink Profite genommen? Weil wir, wenn wir uns das mal auf dem Daily Chart angucken, hier unten massiv zwischen, ich sage jetzt mal, wo war die Grenze hier oben, zwischen 10 Dollar. Einfach mal hochgesteckt und 5 Dollar akkumuliert haben. Das heißt, wir hatten hier einen Entry von 7,50 Dollar. Das heißt, wir haben hier knapp 200 Prozent gemacht. Der Einsatz war schon raus. Habe mich jetzt aber hier nochmal dazu entschieden, weil in den letzten Tagen nochmal ein enormer Anstieg kam, das Volumen zurückgegangen ist. Auch hier eine Bearish Divergence. Und ja, mir die ganze Struktur einfach momentan nicht gefällt, habe ich mich jetzt hier dazu entschieden, nochmal 25 Prozent rauszunehmen. Das heißt, 75 Prozent der Ursprungspositionen sind jetzt noch drinnen. Man soll Profite nehmen, ihr müsst es nicht machen. Ich habe nur gesagt, ich bin so transparent und teile euch das einfach mal mit. Und VeChain hat den Grund gehabt, werde ich euch jetzt auch mal ganz kurz zeigen im Chart, dass wir hier einfach einen komplett geisteskranken Anstieg hatten. Das war so gestern noch die Möglichkeit, die wir haben. Wir haben sogar nochmal das Ziel überschossen. Also VeChain absolut geisteskrank momentan. Und unsere Buy Orders lagen ja hier unten bei 2 US-Dollar Cent und dann hier unten nochmal bei 0,017 US-Dollar Cent. Also ein guter Entry dazwischen. Und das heißt, wir haben hier, wenn wir uns mal jetzt einfach so grob machen, ungefähr 152 Prozent gemacht. Das heißt, wir haben gestern sogar noch ein bisschen mehr als unseren Entry hier rausgenommen. Wollte ich euch einfach nur mitteilen, ist mir wichtig, dass ich da auch weiterhin, wenn ich euch die Kaufzone schon sagt, auch sage, wo ich verkaufe. Was ihr mit den Infos macht, ist absolut euer Ding natürlich. Schauen wir uns Gold an. Gold liegt jetzt gerade momentan ziemlich gut auf dem Weg. Erster Take-Profit knapp verfehlt. Also 2015 ist ja hier der erste Take-Profit gewesen. Die Richtung stimmt schon einmal. Behaltet das auf jeden Fall erst einmal im Auge. Und Dow Jones ist jetzt im Golden Pocket, also auch hier in der perfekten Short-Zone. Für meines Erachtens nach könnte sich das gut ergeben im Laufe des Tages, wenn die Erzeugerpreise da noch mitspielen, wenn der Trade dann weiterhin so läuft. Also hier perfekte Short-Zone jetzt erst einmal abgeholt. Das war so unser Wochenziel, wo wir darüber gesprochen haben. Läuft erst einmal gut. S&P 500 bewusst dagegen entschieden, weil ihr seht, was hier wieder abläuft, macht keinen Sinn. Also Dow Jones läuft akkurater als die anderen Märkte. Das haben wir Anfang der Woche schon festgestellt, dass es hier deutlich mehr Sinn macht, möglicherweise hier erst einmal auf den Dow Jones zu gucken. Und die Finger von einem Nasdaq, der absolut FOMO-getrieben ist, und auch einem S&P 500, der von 5 bis 8 wirklich unternehmenabhängig ist momentan, macht einfach keinen Sinn. Deswegen Dow Jones Short läuft. Und ansonsten gibt es von meiner Seite aus nichts mehr zu sagen. Podcast geht heute weiter. Wir haben gestern noch mal 3 Stunden Podcast-Folgen aufgenommen. Also wird heute eine interessante Folge auf jeden Fall werden, um 12 Uhr auf Spotify und auf allen anderen Streaming-Portalen. XRP-Analyse kommt dann auch noch auf jeden Fall heute Vormittag, dann online um 11 Uhr und es gibt ein kleines Update zu Obios ERP, falls euch das noch was sagt, aber dazu dann später mehr. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Und ja, macht das Beste daraus. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join. Das war es von mir. Wir hören uns sicher später wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.